Servus und hallo und willkommen zurück zu ja, Mario's Amazing Adventure Oh Gott Nee, nee, das heißt, der Mistwald des Grauns Der Wald des Grauns und ich werd grad... Nee, der Dreckswald des Grauns Da muss nur eine Beleidigung sein, weil der Wald ist scheiße Joa Ich hatte jetzt zwei verschiedene Wege Ja, ich mach einfach den... ich mach den noch mal Ich möchte jetzt das Einzeln lernen und machen, wenn ich den Exit Danke Vielen Dank Ah, das ist... Moment Ja, wir sind wieder zurück zu fünf Leben, ist auch gut so Wir sind ja keine Cheater, hust, hust Nee, wir sind wirklich nicht Nee, wir haben einfach mal neu gestartet Und der hat mich nicht mal angegriffen Wow Aber der ist der wie ausgewichen Ja, stimmt Ich... ich warte noch ab Das ist ja der beste Soundtrack Haha Oder was machst du? Find ich auch Wenn's der Wasserwelt gibt, jetzt schauen wir was für ein Wasser sie mich wieder genommen haben Wow Wow Boah Scharfschül... Wow Ich glaube, wenn ich einfach in der Geschwindigkeit so gehe, kann ja nichts passieren Du musst einmal ein Secret Exit finden Nee, ich glaube wir haben den gefunden Oh Gott, was war das? Das war mein Spiel Oh, das war auf jeden Fall mein Spiel Ist das nicht... war das nicht letztes Mal auch so eine Kettenreaktion bei mir? Keine Ahnung Nur mal so eine Frage Viel zu lange her Ah, diese Kombination kannte ich Die gibt's auch in Super Mario Boah, oh Gott Das hätte von mir kommen können Bin ausgerutscht Also ich möchte bitte ein bisschen mehr Skinny erwarten von dir Naja Ich bin hier für die Fels verantwortlich Stimmt Ähm, ich habe wenigstens den Mittelpunkt, jetzt kannst du das suchen Nein, das machst du nicht Okay Ich bleib bei dem Ich töte mich jetzt schon mal, vielleicht dass ich das weitergemacht habe Ja, ja Warte mal, ich weiß, dass ist hier unten Jawoll Ah ja, du kannst dich auch bisschen aufstocken Ja, oh Guck es Hm Tue ich jetzt Genau, ich hoffe, dass es mir reicht Wow Der hat voll den Rücken getrassiert Ich habe den Weiß getroffen Au Jetzt... ja Da ist nix drin Äh, okay Ganz ruhig Du schaffst das Das tut weh 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 Ah, meine Augen Es tut so weh Ich glaube, Nöte und ich werden meine Freunde lassen Ach So, zum Glück habe ich gleich meinen Pil... Und Lagitu ist gleich da Wir haben ja aber schon sehr vieles Moment Haha Oder Daniel Ja, richtig Aha Das war ein sehr schönes Moment Und wenn ich... ja Der blaue Schalterballast Oh Gott, mein Handy... Wow Das sind schlechte Erinnerungen an den Schalterballast Hat der... Hat der... Hat der dich gerade verfolgt? Der hat mich direkt getroffen? Der Sack Aber ich verliere... Weißt du was lustig ist? Er hat dich eigentlich nicht direkt getroffen Der Ball... Ah, du, der Stachel... Der Kuhlme... Stachel... Okay, jetzt ist das nochmal... Äh... Er hält dir Gegner grad nochmal Stachelgegner? Spiney? Stachys? Ja, genau Auf jeden Fall Der hat dich eigentlich gar nicht getroffen Der hat dich voll getroffen Naja, aber... Er hat mich voll getroffen Okay, wenigstens kannst du den Wump Jump... Thomp Jump Boah Ich hasse dich! Ich töte deine Familie! Moment, ich schreib kurz was Was? Dass das dich deine Familie töte? Nee! Das wäre der Paar... Das wäre der Paar-Titel Ich töte deine Familie! Oh Gott, ich bin da voll und singelt! Ja, ich probier's mal, okay? Weil ich komm mal auf mein Kopf Sollen wir tauschen? Ich probier mal deins Guck mal, ob ich es schaffe Wenn ja, dann tauschen wir Okay Du weißt, wo der... Ding ist, ja Der kommt... Der kommt ja schon nicht Ah! Oh, jetzt ist er ge... Willst du es echt? Ich pack den! Ich pack den! Ich gibt's! Nein! Du hast ihn bekommen! Nein! Das ist unendlich Leben! Oh! Das ist Infinity Life! Moment Du brauchst nur diesen Koopa Und dann hast du Infinity Life Ich pack den! Ich pack den! Ah! Aber ich kann... Aber ich... Das ist zu lang! Nee! Nein! Das tut sich leid! Der Puppert töten wir uns! Dann geh ich lieber auf das sichere Leben da! So, jetzt schießt er anders! Sonst bin ich schon mal weiter wie vorhin! Dann folgen sie nicht wieder! Ich glaube, dass er sie weg sind! Den haben wir geholt! Okay, den haben wir geholt! Und... Hey! Hat sich Lakitu grad mal verpisst? Er hat sich grad verpisst! Er hat sich grad verpisst! Ich lass mir da jetzt Zeit! Tennis Socken! Toho-Dudging Skills! Hey! Ah! Ich wollte aber nicht abspringen! Oh! Oh! Ah! Toho-Dudging! Ist klar! Toho-Dudging! Ich bin ja eigentlich ausgefliechen! mit dumm draufgesprungen ich weiß glaube ich welchen Weg wir letztes Mal doch geholt haben ach komm na gut ist schon so lange her ja mehr zum gucken und man ist am Ende immer schlauer die Landwirte hat so weit er weiter schon jene Anfang Februar auch mit Prozent das so die die das wollte ich wirklich ich probiere mal das das meister aus wo es bilden ich teils abwärts das wir waren abrufen zu gucken das Teil heißt Dornentunnel das klingt schon nach Schmerz ja ich habe ja auch die Situation und die Situ Oh, das hat so weh getan. Oh Gott. Nicht legen gerade, was soll das? Ja, wollte ich mal sagen, es weckt gerade etwas, oder? Ups, ich dachte... Deswegen den Jump. Ich habe eine Idee, du machst das Level, okay? Okay. Und ich mache dieses rote Level da unten. Versuch. Ah, ich habe noch ein Leben. Ach, egal, ich habe hier einen Speicherpunkt. Das tut dich zur Sache. Wir haben Speicherpunkt. Also für in der besten Ordnung. Joshi, ich will Joshi, ich will Joshi. Hast du, wir haben das ja auch noch. Das ist so ein Groß-Klein-Lerwin, sicher. Ich hasse dich. Groß-Klein-Lerwin, nee. Ja, willst du das nicht? Ja, ja, ich... Ah, warte, ich bin falsch. Yeah. Super. Das war eine Punktlandung. Ich muss erst wieder mit Uchi vertragen, weißt du? Ja, ich frage mich gerade, ich dachte, du spielst du... Soll ich dir was geben, also... Ah, ich bin so großzügig. Großzügig. Ähm, ja. Dornentunnel. Also du musst da diesen Jump machen, ne? Ja, ja, diese... So. Bis dahin geht's. Warum rutscht der immer ab? Aber wenigstens leckst nicht mehr. Jump jump. Ha, ha. Wow. Jetzt viel Glück. Das kann sehr wehtun. Ich glaube, das muss den Einzug machen. Ja. Du, du. Also es kann nämlich die... Pflanze und Külpisch. Oder den Feuerball. Ja, der Feuerball von der Pflanze. Einfach runter. Ich bin ein Gumba. Ich bin ein Gumba. Der Kettenhund ist nicht so dumm. Oder was auch immer das darstellen soll. Das ist ein Flying Kettenhund. Uh. Der Kettenhund nicht. Ich schon. Ah, die. Euch liebste Blöcke. Die fanden immer voll cool. Meiner. 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 Wow. Ich lasse mich hier nicht um meinen Scheißpilz betrügen. Ich brauche die Scheiße. Das sieht gut aus. Ah. Ich hab's nötig. Uah. Okay. Ah, der Klempner-Level. Super cool. Da war der Secret Exit ziemlich einfach. Was? Wow. Ha. Einfach voll zu drüber. Warum nicht? Nicht runter. Okay. Ach, da war das Loch. Ah, wahrscheinlich das Trampolin? Ja, ich weiß. Wir haben ja vorhin das Secret Exit gemacht, um mal zum blauen Schatterflach zu kommen. Das weiß ich noch. So, dann tauchen wir mal ab hier. Da oben. Eine Blume. Ja, danke schön. Das ist tot. Nein, da sieht die Feuer fest. Ja, gut. Ich springe. Tu mir nächstes Mal. Okay? Ich hab keine Ahnung genau, wo ich hingehe. Merk mal. Ich bin einfach nur blind meinem Gefühl. Hier geht's nicht rum. Ha. Einfach mal so den Hammer-Boomerang-Bruder gekillt. Ah, da ist der Boss. Oh, ist das eine Röhre da? Hm. Uh, du bist auf der anderen Seite. Ich liebe dich. Das war nicht so klug. Du könntest ja... Oh. Never mind. Luigi ist der große Hälfte. Okay, wo kamst du auf einmal her? Wo kam der her? Ich wurde verarscht. Ganz ruhig. Okay, du kannst wenigstens nicht sterben. als so vom Runterfallen her. Nein. Gut, geh... Was? Ah, du kannst einfach warten. Genau. Dankeschön. Oh, da kommt ein hochsprüngender. Okay. Oh Gott. Mann ist ganz einfach. Es wird alles getötet. Der Trainer. Wieso verletzt sich das? Das war so eine Frage. Ich glaube, das muss man das geben muss. Naja, wenn wir bei dem Ohr gehen, können wir zum Beispiel mit fünf Leben beginnen. Äh... Äh... Ja, jetzt hast du ja... Ja, eins, eins machen wir. Ich kann ja nichts mehr geben dann. So. Weißt du, meinst du vielleicht mal probieren? Weil meinst du es wirklich recht leicht? Die Levelkurve ist echt komisch, ich weiß. Ich meine auch, das hat nichts mehr mit dem Wald zu tun, eigentlich. Oder? Na ja, hinter mir ist Wald. So viel dazu. So, diesmal rutsche ich nicht aus. Was ist das eigentlich? Ist das so ein Club, oder? Frag mich nicht. Wenn dann... Spiel darf ich mir da schnell anschreiben. Ich weiß es nicht. So. Haha! Okay, egal, ich bin weitergekommen. Der arme Mario. Das war sein Ding. Ich glaube, da musst du wieder so einen scheiß Jump machen. Das tut mir so, ich sehe jetzt nichts. Ja, deswegen macht lieber mal so einen... Puh! Aber ich habe ein Leben bekommen. Ja, schick. Best Death EU. Egal. Das Level ist leicht, das kann ich schaffen. Oder Luigi? Das schaffen wir. Ja. Ja. Die haben was. Die ist nicht blöd. Hatschot. Ich hatte du. Hatschot. Das ist halt echt fies, wisst ihr das? Deswegen habt ihr keine Freunde in der Schule gehabt. Warte mal. Ja, das war eh richtig. Ja, ich bin aber schon. Vielleicht komme ich einfach so aufgeregt. Nö. Oder mit... Ja, mit dem Super. Nicht schlägt hier. Ja. Ja. Nicht schlägt hier. Ja. Ja. Jetzt schlägt's. Ja. Ja. Ja, jetzt hängt wieder wohl alles an mir. Ja, aber nicht. Wir haben ja einen Scheißverpackung. Ich könnte mich ja sterben lassen, weil... Der Sonntag. Danke. Ne, sterben lassen ist mies. Sterben lassen ist einfach nur feige. Stimmt. Wir machen ja Maximalprinzip hier. Das ist Pussy-Methode. Und wir sind keine Pussis. Genau. Wir haben auch keiner. Keine Katze und auch sonst keiner. Ja. Das war gerade die Radikal-Methode. Ja. Das auch. Aber letztens habe ich es geschafft. Au. Ich werde jeder Mann mir bei dem Part einfach nur... Au sagen. Au, au, au. Der Himmel erhält sich wieder. Wir haben wieder blauen Himmel. Continue. Das ist ein Omen. So. Okay, herzlich willkommen zurück. Ah, du bist so der erste paar Zeit lange, ne? Ja, jetzt gehe ich wieder dahin. Also kriege ich gleich ein Item. Oh, ich kriege es hier. Ja. Spaß an dich. Der schießt schon... Na. Könnte es sich nicht mehr schießen. Wir hatten den dann schon, aber ich glaube, der ist bei der Aufnahme verloren gegangen oder so. Der ist dann einfach, glaube ich, gestorben. Waren wir denn nicht mehr da? Äh, den haben wir dann nicht mehr geholt, wahrscheinlich. Nein, der ist vermutzt. Wie der immer auf mich zielt? Moment mal. Ah, er hat sich eigentlich gecaged. Hä? Da ist er, ja. Hört sich einfach. Oder geht das nicht? Was wolltest du? Also, ich kann mich da eigentlich ducken. So, jetzt bin ich wenigstens groß. Hab da eine Feuerblume. Verpisst mich schnell. Geht über den. Genau. Schnell verpissen. So, aber da muss ich jetzt... Was macht ihr mir los? Äh, das wird da etwas schwer zu verpissen. Au. Nein, ich bin jetzt nicht gierig. Eigentlich ist das Level ziemlich kurz. Ja, das ist wirklich sehr schwer wegen dem... Was kommt da jetzt? Ah, zum Geisterhaus. Lass das du machen. Ich mach da eine Victor-Frau rein. Forest Labo? Oh, jetzt kommt's mir. Lass das du machen, okay? Okay. Jetzt kommt's mir. Jetzt weiß ich auch, warum das so ist. Wie es ist. Asse euch. Ne. Provoziere ich nicht. Schwimmen wäre nicht schlecht, ja. Aber ich komm wenigstens da schon mal groß rein. Das ist doch lustig, ich fühle mich gekrabbelt. Ja. Wow. Ich hab aber nichts anderes offen. Ich hab geschwommen, ich bin geschwommen. Ich hab X gemasht. Vielleicht war X falsch. X ist meine Schwung. Wie du meinst. Ich glaub ich schwein, ich tue der Zeit X zum Sprengen, also. Ah ja. Das ist was. Ich find dieses K so richtig cool, doch schon von den Gegnern her. Das ist ja... Das ist ja... Samus. ...Metroid Blah. Das ist doch voll cool. Oder? Von Metroid Fusion ist das. Ja, das war ja nicht. Alter, komm ich nicht rein. Das ist nur Börfer, glaub ich. Das hat die Musik auch. Ups. Ah, das war das, genau. Ja, das war das, genau. Wieso ein Hamster? Na, kann ich auch? Schal. Wem Hamster? Ja, du bist ja brichtbar. Aber ich brauch noch eine Münze für ein Leben. So, wenn ich mich jetzt nur... Ah, nee! Yay! Das war so ein Mainz. So ein richtiger Mainz-Moment. Ja. Dann nutzen Power-Up. Ein Gegner. Ah, nicht stimmt, es sind ja die Septimus, ne? Ja. Okay. Du bist in der Face, bitch. Oder ab und zu sagen, so. Das ist böse. Alter, Pizzer drunter, bitte. Wiß auf uns? Nein. Nichts. at-D